Hallo meine lieben Damen und Herren und Damen und Herren, herzlich willkommen hier auf diesem neuen Kanal, nämlich Otter Entertainment TV und ein paar Leute von euch kennen mich von Mr. High Games und fragen sich jetzt natürlich, was macht denn der Junge jetzt mit diesem neuen Kanal, was ist denn da jetzt los und um das jetzt einmal ganz schnell zu erklären und ich versuche das jetzt wirklich ziemlich schnell fertig zu machen, einfach damit ihr halt einfach ein Bild hier von dem Kanal habt. Vom Prinzip her möchte ich hier auf diesem Kanal mich ein bisschen kreativ ausleben. Heißt auf gut Deutsch, wenn ich halt eine Formatidee habe, möchte ich die auch einfach mal umsetzen als Video und warum trenne ich das vom Mr. High Games Kanal? Ist einfach so, weil ich halt hier auch schon feste Formate geplant habe, die sehr viel Zeit fressen und ich will nicht, dass die untergehen, das ist vielleicht ein bisschen egoistisch, so Blödzeit klingt, so nach dem Motto so, oh, guck mal, ich habe da sehr viel Zeit rein investiert, ich möchte das auf ganz viele Leute sehen, aber ich denke, es ist auch einfach verständlich, dass wenn man in ein Video 30, 40 Stunden reinsetzt, dass man dann vielleicht halt auch einfach ein bisschen das getrennter sehen will im Vergleich zu den normalen Start-Stop-Let's Plays und sowas werdet ihr halt sehen. Ihr werdet hier jetzt am Anfang primär erstmal zwei Arten von Videos sehen. Es wird eine besondere Art von Video geben, das ist ein Format, ein immer sonntags kommen wird. Natürlich nicht immer, klar, wird auch mal ausfallen. Und es wird im Endeffekt sehr stark geschnittene Gameplay-Videos geben, die werden montags und freitags vorerst hochgeladen. Da kann es aber auch schon mal vorkommen, bei den montags und freitags, also bei diesen Gameplay-Videos, dass dort auch vielleicht schon mal ein anderes Video aufploppt. Ich sage das halt einfach mal als Beispiel, weil mir das eben, als ich das Video hier schon mal aufgenommen habe, man muss das immer 30-mal diese Videos aufnehmen, der ist voll schlecht vor der Kamera. Ja, bin ich. Beim Improvisieren bei sowas bin ich schlecht. Ne, halt, das hatte ich eben schon mal so als Idee, dass da möglicherweise eine Top-10-Liste beispielsweise kommt, so eine Top-10-Ego-Shooter-Liste oder was weiß ich was, die halt dann auch schön aufbereitet ist, wo man dann was zu den Spielen erklärt, wo man so ein bisschen halt einfach mehr auf dieses Thema eingeht. Und sowas wird es hier häufiger geben. Also, dass diese normalen Gameplay-Videos immer wieder mal ersetzt werden, auch durch wirklich aufwendige Videos. Also, die Gameplay-Videos werden auch schon aufwendig genug sein, sagen wir es mal so, aber dass im Hintergrund halt, wie gesagt, auch andere Formate noch existieren und halt eben weiter nach vorne gebracht werden. Und im Endeffekt da ist dann halt so der Punkt, da mache ich alles, worauf ich Bock habe. Und worauf habe ich am meisten Bock? Natürlich, ich sage mal, auf Themen der Nerd-Kultur. Serien, Filme, Comics, Spiele, keine Ahnung, vielleicht auch mal eine Runde D&D-Livestream oder so. Keine Ahnung, was passieren wird. Ich weiß es wirklich noch nicht. Fest steht nur, Montag, Freitag kommen Videos. Das werden, wie gesagt, primär Gameplay-Videos sein. Aber da kann halt eben dann auch mal ein anderes Format reinrutschen. Das ist so, kann mal passieren. Das kann aber auch mal mittwochs dann kommen. Da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, dass die Gameplay-Videos unbedingt ersetzt werden. Das kann auch einfach mal vielleicht gesagt werden, so, ja, okay, ich mache das jetzt Mittwoch oder jeden zweiten Mittwoch oder so kommt dann mal da so ein Video. Was weiß ich. Und halt, fest steht auch noch der Sonntag mit einem speziellen Video, wozu ich jetzt noch nichts sagen kann. Das seht ihr nämlich dann nächste Woche Sonntag um diese Zeit. So. Und ja, zu den Gameplay-Videos. Nein, Quatsch. Was ich noch sagen wollte, ist, ab morgen geht es dann hier auch los mit den Gameplay-Videos. Also ab morgen, 15.02. Montag, das erste Video hier auf dem Kanal, das erste richtige Video. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit mir hier auf dem Kanal. Ich hoffe, dass wir alle so ein bisschen, das ist so ein bisschen dieser Hintergrund-Gedanke, halt wieder wie letztes Jahr, unterhalten, entertainen, Spaß haben, Leute vielleicht mal kurzfristig aus dem Alltag rausholen, dass man vielleicht diesen ganzen Scheiß, der momentan abgeht, einfach mal vergessen kann. Ja, darum geht es mir hier. Und ich hoffe, dass ihr mich dabei begleitet und vielleicht halt auch einfach mal dieser Effekt auch dann auf euch überspringt und ihr halt wirklich mal ein bisschen Abstand von der Realität findet. Ja, das war alles. Uhrzeit, Uhrzeiten zu den Videos. Haha. Montag und Freitag, 18 Uhr, Sonntag, auch 18 Uhr. Alles um 18 Uhr, immer. So. Und jetzt wird er abgeschaltet. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.